Hallo, mein Name ist Marita Nthal. Ich bin 16 Jahre alt und gehe seit vier Jahren ans Kolleg. Mein Papa war auch schon hier auf dem Kolleg, aber damals gab es noch keine Mädchen und auch kein Mädcheninternat. Morgen. Morgen, Frau Wichner. Wir haben am Kolleg eine große internationale Vielfalt an Schülern vertreten. Wir haben Schüler aus der ganzen Welt und auch aus ganz Deutschland. Zum Beispiel aus der Schweiz, Frankreich, Korea, China, Litauen und auch noch aus ganz vielen anderen Ländern. Der kulturelle Austausch zwischen den Schülern ist dann besonders schön. Zum Beispiel hat man Freunde aus der ganzen Welt oder man kocht zusammen und lernt dadurch andere Kulturen besser kennen. Am Kolleg wird einem nie langweilig, weil wir ein großes Angebot an Freizeitaktivitäten haben. Zum Beispiel eine große Musikabteilung, man kann in die Theatergruppe gehen oder ganz, ganz viele Sportarten lernen und auch ausüben. Was ich am Kolleg besonders schätze, ist die Gemeinschaft. Das heißt, dass ich direkt neben meinen Freundinnen wohne und dass ich jederzeit mit meinen Freundinnen rausgehen kann, ohne sie direkt anrufen zu müssen oder erst in die Stadt fahren zu müssen. Das finde ich besonders schön. Ich habe mich vor allem für das Internat entschieden, weil das Internat einem sehr viel Struktur bietet, zum Beispiel das Studium oder das geregelte Essen. Das heißt, man verpasst nicht irgendetwas, weil die anderen Freunde im Schwimmbad sind, sondern alle sitzen gleichzeitig an ihrem Schreibtisch und lernen. Und das bietet eine Struktur und auch eine Gemeinschaft, die unheimlich viel Spaß macht. Wir haben auch sehr gute Internatspädagogen, mit denen man wirklich über alles reden kann, also auch über Probleme oder schulische Themen, die einem immer helfen. Und das finde ich super, super gut. Ich würde das Kolleg auf jeden Fall weiterempfehlen, weil man hier Erfahrungen macht, die man an anderen Schulen nicht erleben kann. Es macht so viel Spaß, den ganzen Tag mit seinen Freunden zu verbringen und auch mit ihnen zu lernen. Es ist wirklich ganz toll. Bis zum nächsten Mal.